So, was machen wir in diesem Video? Ich würde vorschlagen, wir machen noch einmal Loop und While. Sie erinnern sich, das waren die Berechnungsmodelle, die wir uns in den letzten drei Videos angeschaut hatten, die in Form von einfachen Programmiersprachen daherkamen. Und wir hatten zuletzt auch gesehen, dass While tatsächlich alle Turing-berechenbaren Aufgaben erfüllen kann, weil Turing mächtig ist. Herzlich willkommen zurück bei dieser Vorlesungsreihe zum Thema Theoretische Informatik und Logik. Wir sind noch mitten im Teil zur Berechnung. Was hatten wir also gelernt? Wir hatten über Loop und While-Programme einige Dinge festgestellt. Das war auch nicht allzu schwierig. Loop-Programme terminieren immer. Sie werden garantiert ein Ergebnis liefern. Deshalb können Sie nur totale Funktionen liefern. Sie können fast alle praktisch relevanten Funktionen berechnen, aber eben nicht alle. Zum Beispiel nicht die Ackermann-Funktion, nicht die Sudan-Funktion und auch nicht die Busy-Beaver-Funktion für Loop-Programme. Ein Loop-Programm kann nicht vorhersagen, was ein Loop-Programm tun kann. While-Programme, wiederum verallgemeinern Loop-Programme, terminieren nicht immer. While-Schleifen können für immer laufen und können alle berechenbaren und totalen und partiellen Funktionen berechnen, sind Turing-mächtig. Das sind die beiden wichtigen Klassen und die einfachen Eigenschaften, die wir dazu erkannt haben. Jetzt steht hier, vielleicht für Sie überraschend, nachdem wir beim letzten Mal gesagt haben, Loop-Programme sind nicht so mächtig. Die können nicht alles, was While kann. While ist erst das Wahre. Damit kann man Turing-Maschinen auch kodieren. Aber jetzt steht hier trotzdem, Loop-Programme können fast alle praktisch relevanten Funktionen berechnen. Und das bringt uns doch noch einmal auf eine gewisse Frage zurück. Was kann denn eigentlich Loop? Wir hatten bisher ein paar Beispiele gesehen. Wir hatten aber dann uns vor allem darauf konzentriert, was Loop nicht kann, indem wir gezeigt haben, dass es also bestimmte Funktionen gibt, die Loop nicht fassen kann. Und jetzt behaupte ich wiederum, dass trotzdem Loop schon allein ausreicht, um fast alle praktisch relevanten Funktionen zu berechnen. Stimmt das wirklich? Und dazu möchte ich eben noch kurz in diesem Video was sagen. Deshalb schauen wir uns nochmal Loop und While an. Die Idee ist relativ einfach. Sie können natürlich mit Loop in gewissem Sinne auch While-Schleifen simulieren. Wie kann das gehen? Die Schleife While x ungleich 0 do p end kann mit dem folgenden Loop-Programm simuliert werden. Loop, hier steht eine Variable, die nenne ich mal max do, if x ungleich 0 then p end. Und Sie erinnern sich, if x ungleich 0, also solche Konditionale, die hatten wir in Loop ausgedrückt. Das kann man kodieren. Das ist also jetzt hier nur die Kurzschreibweise dafür. Und außen herum packe ich also einen Loop Max. Das heißt, was ich hier tue, ich wiederhole max mal den inneren Block, den ich so lange wiederhole, wie x ungleich 0 ist. Wenn x gleich 0 ist, dann wird das übersprungen und ich werde die restlichen Durchläufe einfach leer laufen, bis der Max erreicht ist. Kann man damit While-Schleifen simulieren? Naja, Sie werden sagen, in gewissem Sinne schon, aber nur dann, wenn Max, wie der Name schon suggeriert, größer ist oder mindestens genauso groß ist, wie die Anzahl der Schleifendurchläufe, die diese While-Schleife tatsächlich aus eigener Kraft normalerweise vollführen würde. Wenn Max größer ist, ist es nicht schlimm. Durch diese If-Bedingung werden die restlichen Durchläufe einfach übersprungen, sozusagen ineffizient. Okay, aber das ist uns ja egal. Dann, aber man muss eben mindestens so viel in Max haben, wie tatsächlich passieren soll. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Okay, das heißt, das funktioniert, wenn man den Wert von Max so setzt, dass er mindestens so groß ist, wie die maximale Anzahl von Wiederholungen der simulierten While-Schleife. Okay. Gut, also das heißt, nicht nur kann While-Loop simulieren, sondern Loop kann auch While simulieren, wenn wir eine ausreichend große Zahl hier eingeben. Erkenntnis, Loop kann While für beliebig viele Schritte simulieren. Man muss nur wissen, wie viele Schritte benötigt werden. Jetzt ist natürlich die große Frage, weiß man das? Kann man das ausrechnen? Und darüber dürfen Sie selbst mal kurz nachdenken. Ist das eine berechenbare Funktion? Wie oft eine While-Schleife ausgeführt wird? Okay, jetzt haben Sie vielleicht kurz darüber nachgedacht, haben vielleicht eine erste Intuition, dann sage ich, denken Sie nochmal darüber nach. Okay. Denn die erste Intuition ist natürlich nach dem, was wir bisher gezeigt haben, das ist nicht berechenbar, ja. While-Schleifen, wie lang eine While-Schleife läuft, das wäre ja so, als wüsste man vorher, wie lang ein Programm braucht, bis es terminiert. Und das ist ja fast wie Busy Beaver, ja, die Schrittzahl vorher berechnen. Kann nicht gehen. Aber wenn man dann nochmal darüber nachdenkt, merkt man vielleicht, na klar geht das. Das geht. Man muss doch einfach nur das Programm ausführen und die Anzahl der Durchläufe, die man dabei absolviert, zählen. Für ein beliebiges While-Programm P sei Max P von N1 bis NK, die maximale Anzahl an Schleifen durchläufen, die P bei der Eingabe N1 bis NK abarbeitet. Oder undefiniert, wenn P bei dieser Eingabe nicht terminiert. Ja, und wenn wir die Funktion so definieren, dann ist klar, dass man die berechnen kann. Und zwar so einfach, indem man das While-Programm abarbeitet und in jeder Schleife, die man bearbeitet, mitzählt, wie oft die Schleife läuft. Und aus diesen verschiedenen Teilergebnissen dann das Maximale heraussucht und als Ergebnis zurückliefert. Das lässt sich sicherlich machen. Das ist also kein so großes Problem. Was natürlich nicht geht, ist vorherzusagen, ob diese Funktion an einer bestimmten Stelle überhaupt terminiert. Also ob sie definiert ist oder ob sie aufgrund ihrer Partialität an einer bestimmten Eingabe keinen Wert hätte. Das können wir nicht vorhersagen. Das würde dem Halteproblem entsprechen, zu dem wir noch kommen. Aber man kann für die Fälle, in denen das Programm terminiert, sicherlich mitzählen, wie oft man gelaufen ist. Das heißt, das ist eine berechenbare Funktion. Man weiß also, man kann also ausrechnen, wie oft bei einem bestimmten Input, wohlgemerkt, ja nicht im Allgemeinen, kann unbeschränkt sein, ja, aber bei einem bestimmten Input eine While-Schleife im Programm höchstens laufen müsste, um die Berechnung korrekt durchzuführen. Und wenn man das berechnet hat, dann kann man diesen Wert in Loop verwenden und damit ein Loop-Programm betreiben, was genau die gleiche Berechnung wie das While-Programm ausführt. Okay. Und jetzt fragen Sie natürlich zu Recht, wo ist der Haken? Ja, wir wissen doch eigentlich, Loop kann nicht so viel wie While, darf nicht so viel können, das haben wir schon gezeigt. Und jetzt behaupte ich aber, man kann berechnen, wie viele Durchläufe man braucht und dann kann man mit dieser Codierung, die ich verwendet habe, Loop und If geschachtelt, die While-Schleifen auch simulieren und kann dann doch das gleiche ausgeben wie die While-Programm. Okay, was geht schief? Auch da dürfen Sie gerne mal drüber nachdenken, wie immer können Sie das Video anhalten. Und natürlich lautet die Antwort, die Funktion ist zwar berechenbar, aber sie ist nicht Loop-berechenbar. Sie brauchen das While-Programm selbst, Sie müssten das While-Programm simulieren, um herauszufinden, welchen Wert Max p annimmt. Und nachdem Sie das gemacht haben, können Sie dann auch mit dieser Information ausgestattet das Loop-Programm laufen lassen, was die tatsächliche Berechnung des While-Programms noch einmal durchführt. Ja, also die Welt ist in Ordnung. Es ist nicht möglich, einfach Loop zu verwenden, um While zu simulieren. Aber wir sehen, diese Schwäche von Loop ist viel subtiler vielleicht, als man zunächst meinen könnte. Wenn ich jemandem sage, da gibt es eine Programmiersprache und die kann weniger als eine andere, dann denkt man natürlich zunächst, da gibt es ganz grundsätzliche Funktionen, etwas, was die eine bringt und was die andere nicht bringt. Aber nein, wir sehen, im Prinzip können die fast das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass Loop nicht ausreichend große Zahlen berechnen kann. Denn überschätzen von Max p wäre ja völlig in Ordnung. Wir müssen nicht einmal genau diese Funktion berechnen, sondern es würde ja reichen, wenn wir einen Wert, eine Zahl ermitteln könnten, die garantiert größer ist, als das, was höchstens im While-Programm gebraucht wird. Das heißt, bestenfalls würden wir einfach ein Loop-Programm schreiben, was eine richtig große Zahl vorberechnet für die Eingaben. Und diese richtig große Zahl, die so groß ist, wie wir es vielleicht gerade schaffen, die verwenden wir dann als nächstes, um das While-Programm zu simulieren. Und auch das reicht nicht. Das ist das, woran es eigentlich scheitert. Loop ist deshalb schwächer, weil es nicht in der Lage ist, aus kleinen Eingaben sehr, sehr große Zahlen schnell zu berechnen. Und Sie sehen, was wir bei Busy Beaver gesehen haben, diese riesigen, diese astronomisch oder überastronomisch großen Zahlen, die da aufgetaucht sind, die sind in gewisser Weise auch der Träger von dieser Berechnungsstärke. Ja, also alles, was Turing vollständig, was Turing-mächtig ist, hat die Fähigkeit, mit sehr kurzen Programmen sehr große Zahlen zu bilden. Und wenn man das hat, kann man oft auch das nutzen, um Berechenbarkeit zu erzeugen. Also Turing-Mächtigkeit zu erzeugen, sollte ich sagen. Okay, das ist also eine wichtige Erkenntnis. Größe von Zahlenwerten, absolute Größe von Zahlenwerten hat etwas mit Berechnungsstärke zu tun, was vielleicht überraschend ist. Eine zweite wichtige Erkenntnis können wir aber auch daraus ableiten, denn ich hatte ja angefangen zu sagen, die Kraft des Loops. Ja, Loop kann fast alles, was praktisch relevant ist. Und tatsächlich, wir sehen, in vielen Fällen kann man eine obere Schranke für diese Funktion in Loop berechnen. Und zwar einfach deshalb, weil man viele einfache Funktionen, für die wir schon gesprochen hatten, in Loop berechnen kann. Man kann lineare Funktionen, also Multiplikationen implementieren. Man kann auch x hoch n berechnen, also ein Polynom festen Grades vielleicht angeben, für natürliche Zahlen. Man kann aber auch n hoch x berechnen, also eine exponentielle Funktion bilden. Man kann sogar die Exponenten noch irgendwie schachteln für beliebig hohe Türme von Exponenten n. Ja, also all diese Funktionen sind Loop berechenbar. All das kann man in Loop schaffen. Und das bedeutet auch, alle While-Berechnungen, bei denen man sicher sein kann, dass sie nicht mehr Schleifendurchläufe benötigen, als irgendeine dieser Funktionen und noch viele andere Funktionen, die man sich vorstellen kann, ausrechnen können. All diese Dinge sind auch in Loop implementierbar. Und jetzt wissen Sie, warum ich gesagt habe, Loop kann eigentlich alles praktisch Relevante berechnen. Denn in der Regel, wenn wir mit praktischen Algorithmen arbeiten oder mit vielen praktischen Algorithmen arbeiten, dann haben wir eine Abschätzung vorher und in der Regel eine Abschätzung in Form von Polynomen oder in Form von Exponentialfunktionen, wenigstens zur Hand, die uns sagt, wie lang denn der Algorithmus höchstens läuft. Ja, das kennen Sie aus der algorithmischen Komplexität. Und wenn man so etwas hat, so eine geschlossene, einfache Funktion, die man mit traditionellen arithmetischen Operationen ausdrücken kann, dann kann man sie garantiert mit Loop ausdrücken. Und das reicht schon aus, um den Algorithmus in Loop ausdrücken zu können. Also all das geht in Loop. Schwieriger wird es wirklich erst bei Dingen, die jenseits dieser Berechenbarkeit liegen. Okay, korollar. Jeder Algorithmus, der zumindest in dieser Zeit O von so einer Exponentialfunktion oder weniger läuft, berechnet eine Loop berechenbare Funktion. Ja, wenn ich hier die Groß-O-Notation nehme, dann ist natürlich O oder weniger in gewisser Weise schon drin. Ja, kennen Sie. Aber ich betone es hier nochmal. Naja, damit das klar ist. Also all diese Algorithmen, auch mit dieser relativ langen, astronomisch langen Laufzeit, sind immer noch in Loop berechenbar. Insbesondere betrifft das alle polynomiellen, exponentiellen oder mehrfach exponentiellen Algorithmen. So ist es. Und jetzt wissen Sie auch, warum Hilbert ursprünglich mal dachte, dass das durchaus ein guter Kandidat ist für die Menge aller Dinge, die intuitiv berechenbar sind. Es ist nicht so offensichtlich, dass wir Dinge berechnen und wirklich brauchen, die also jenseits dieser Klasse liegen. Aber es kann natürlich vorkommen. Und es kann immer dann vorkommen, wenn wir wirklich schwere Probleme lösen, bei denen die Laufzeit sehr stark variieren kann mit den Eingaben. Ja, also wo man im Vorfeld nicht so richtig abschätzen kann, wie lange das dauern wird, wo vielleicht der Algorithmus korrekt ist, aber wo man unter Umständen sehr, sehr lange auf das Ergebnis warten muss. Und solche Dinge gibt es auch. Die können auch durchaus praktisch sein. Ja, wird implementiert. Ja, Theorienbeweiser wären zum Beispiel ein Beispiel aus der theoretischen Informatik, was Programme sind, die sehr schwere Probleme lösen und die unter Umständen auch beliebig lang dafür brauchen können oder sehr komplexe Laufzeiten haben. Und die würde man dann vielleicht nicht in Loop ausdrücken können, obwohl man sie trotzdem implementiert hat. Okay, das also mein kleiner Nachtrag zu Loop und While und hoffentlich nochmal eine kleine Abrundung und ein bisschen besseres Verständnis für Sie, wie das zusammenhängt und wie Zahlenwerte, wie die Größen von natürlichen Zahlen und wie die Geschwindigkeit des Wachstums von natürlichen Zahlen, also wie schnell gehen die Zahlen nach oben, wenn ich größere Zahlen in den Input gebe, wie das zu tun hat mit Berechenbarkeit und mit Ausdrucksstärke. Ja, und insofern ist es auch nicht verwunderlich, wenn Sie jetzt diese Funktion, den Loop Busy Beaver, den wir definiert hatten, oder aber auch die Ackermann-Funktion oder irgendeine andere dieser Funktionen hernehmen, die man herausgefunden hat, die zeigen, dass Loop-Berechenbarkeit schwächer ist als Wahlberechenbarkeit, dann sehen Sie, dass das alles Funktionen sind, die unglaublich schnell wachsen, die schon bei relativ kleinen Eingaben riesige Ausgaben produzieren. Und dieses sehr, sehr schnelle Wachsen, das ist eben jenseits der Fähigkeiten von Loop. So kann man es sich auch vorstellen. Okay, das war alles für dieses kurze Video. Beim nächsten Mal wollen wir uns dann mit dem Halteproblem beschäftigen und verschiedene Argumente und Beweise sehen, warum das auch ein unentscheidbares Problem ist und es ist natürlich eines der bekanntesten und sehr interessanten unentscheidbaren Probleme. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.